Hallo, herzlich willkommen bei weiteren Folgen hier. Diesmal, ah, häng ich sie. Folge jetzt hinten dran, einfach über die Haltung öffentlich gehen. Die Haltung, die man in die EU haben, so geladen haben. Also ich meine, ich schrei auf die Haltung, da und da. Video wert, aber, na, da hat das gleich so was glauben wir. Jedenfalls, ähm, morin jetzt mal gucken, dass der das hier, ich mich ja nicht schafft, jedenfalls, jedenfalls, was soll ich sagen, ähm, schön, dass der hier wieder eingestellt ist, das verkehre ich jedenfalls, die Wagen am Anfang, was ich gesagt habe, das ist jetzt die dritte Folge, die eigentlich die zweite sein wollte, noch. Also, Donnerstag kam 1.10 Uhr, Freitag 1.10 Uhr, und heute, Samstag, um 8.00 Uhr, 9.00 Uhr oder auch 10.00 Uhr, ich weiß noch nicht, wann ich es reicht oder irgendwelchen werde, da war aber auch, nach einem Zeitpunkt ist der gleiche, mit den anderen beiden, oh, da geht's los. Das ist der gleiche, auch nach einem Tag, also der gleiche, auch nach 8.00 Uhr. Und wo ich ihn reinkippe, ich habe mich jetzt gerade, und ich wünsche euch alles so gut wie möglich zu schaffen, lasst mir mal ein Like und ein Auge, dann ist das gleich, bitte nicht vergessen, das ist schon wichtig, dass ich das weit, wenn ich dann noch den reingehen, kommt klar. Ähm, Ja, jedenfalls, bitte ich euch, ähm, ja, bitte ich euch, ne, nicht viel zu nehmen, ich glaube, ein wenig noch mehr. Okay, Leute, jedenfalls, jetzt geht's los. Und, ich spüre, die Feindlichen Nachwärmung und Minizierung ganz hart. Ja, das kriegen wir auch hin. Ähm, gut, diese Aufnahme hier wird auch nur die eine Runde werden. Egal, wie lange der kurz ist, weil ich habe jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Herd mehr. Aufnehmen. Gerade. Aber das ist vorbei, halt. Und, ähm, ja, ich habe gerade noch eine Nacht, bekommen eine Richtige. Und das, während ich fliegen muss, oh Gott. ähm, ja, ich, ich glaube, wie er es umgegeben muss, weil ich untergehe. Äh, ja, da. Ich habe noch mal aber markiert, vor dem Weg. Oh, wieder. Ah, ich hasse das. Was ist denn geil, dass ich... Na, raum ich bloß... Wo sind denn der Tüge nicht zu sein? Na, reichen... Raum ich da... Wie im Bereich? Ja, sind die Kälte, als ob das auch was geht... Ja, das sieht ziemlich gekallig aus... Wenn ich das machen könnte, würde ich helfen... Oh ne... Ich bin so am Arsch, wenn ich jetzt nicht antworten kann... Ähm... Ich kann gar nicht antworten, das ist... Ein wenig schwierig... Obwohl ich gesagt habe, ich antworte, egal was ist... Während der Aufnahme ist es auch ein bisschen blöd, jetzt über Kacken und gesagt zu haben... Aber... Es ist nur eine Runde, die ich mache... Es ist eigentlich unverschämlich, nicht nur Bildschirm mit ihm abzuwenden... Und... Ähm... Da muss ich ehrlich sagen, gerade... Wer weiß nicht... Ich kann, weil ich da jemandem... ...Mate halten möchte... ...der nämlich verfolgt wird von dem Penner da... ...Wenn Jimmy in... ...Jimmy... Ja, komm... Oh, was hat der abgedreht? Komm... Ja... ... Ich bin ja getroffen. Na, los. So. Ich bin ja darauf gestürzt. Eigentlich geht es darum, die Munition zu... ...ja... ...unterbrechen. Die Munitionsmachtung. Aber irgendwie... ...habe ich gerade mehr Lust, die Gegner abzuziehen. Och, da dann. Wurde auch nicht. Geht schon wieder nicht. Ach, Mann. Ach, der ist zu weit weg, Alter. Nein, der ist da unten. Die haben sich gegenseitig runtergelegt. Scheiße. Geht schon wieder. Der zieht nicht. Ich hab das Gefühl, ich bin hier... ...nicht in Sicherheit. Jedenfalls, die Flagsdauer machen wir... ...überreiten mir ziemlich Sorgen. Sp construir an... ...und dann... ...nach... ...eine. noch einer Sanderlängst, hat er eine Sanderlängst, ja? Den roten Bereich. Einige Scheiße, okay. Ja, zieh! Oh, Alter! Ich muss er... Wow! Bäume! Holy shit! Es ist nicht so einfach, da wollen sie fliegen. Oh! Nein! Verpisst euch! Nein! Nein! Nein, du Scheiße! Das ist überhaupt nicht lustig! Holy! Mami! Ich würde zocken, aber du hast von... Ich will zur Base! Mami! Durch die Base! Das kriegt von uns! Da hinten! Mami! Aaaaaaah! Nein! Scheiße! Aber ich würde... Alter! Was zum Anker geht da ab? Ich muss ein Stück weiter rechts fliegen. Wow! Achtung, Leute! Geplant war das auf jeden Fall nicht! Geplant war das auf jeden Fall nicht! Ich muss nur kurz landen! Ey, lol! Der Runde ist vorbei! Ich hab's überstanden! Mami! Ui! Komm wieder! Uah! Also, Leute! Das war's auf der Heute! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Also, wenn ihr neu seid, abonniert euch von mir auf eure Sache! Das war ne Scheiße, ey! Ich hatte grad wirklich Schiss einfach zu sterben, bei diesen Scheißplacks wieder hochkamen! Also bei den Scheißschiffen! Und... Das... Ja! Wie gesagt, haut rein! Bis zum nächsten Mal! Und ciao! Ich hab auch nicht wie gesagt noch zu beantworten hier! Bis... Was hab ich denn hier einfach bis zum nächsten Mal?